hallo leute herzlich willkommen auf dem kanal stando gaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde schwammkopf schwammkopf und ich würde sagen wir legen hier auf den fall los steckt ein geschenk Oh, ähm, war ich nicht? Hey, was ist gerade geschehen? Au! Der Roboter hat Wurm gemacht! Au! Okay, so. Oh, ich kann jetzt hier rein. Ey, ich will hier nichts kaufen. Oder muss ich das, weil ich sonst nicht weiterkomme? Na, ich glaube, ich muss es, weil ich komme sonst irgendwie nicht weiter. Ja, warum soll ich das? Ja, tatsächlich, ich muss hier wirklich ausgehen. So. Okay, jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Oh, Tantau-Sauce! Oh! So. Warte mal, hier unten ist eine... Dingens, hier hole ich mir kurz. Strahlend weiß! Habe ich nämlich wieder drei Label. So. 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 Äh, so. Warum ist hier eine Melone? Oh, ich habe sie kaputt gemacht. Ernsthaft? Ja, ich glaube, das bringt nichts. Ah, jetzt. Okay, perfekt. Weiter geht's. Wir ziehen weiter. Oh, oh, der macht gleich Bomben. Okay, so. Muss ich jetzt hier lang, oder was? Ja. So. Oh, ich bin hier runtergefallen. Töte mich mal, bitte. Der hat angerufen, Leute, aber ich gehe jetzt nicht ran. Oh, nein, ich gehe jetzt nicht ran. Oh, nein, ich gehe jetzt nicht ran. Krass, rieselig. So. Spawne ich nämlich wieder da oben. Boah, das ist doch zum Heulen. Okay. Ey, das ist... Zum Heulen. Kratsch mich, bitte. Okay, wir müssen irgendwie gucken, wie wir da rüberkommen. Jetzt. Ah ja. Haben. Nicht runterfallen, bitte. So. Endlich. Eine Güte war das jetzt schlimm. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ich finde nicht, dass Spongebob's Unterwäsche richtig kommt. Oh, Geschenke aus Holz. Wo muss ich jetzt hin? Hier oben. Da muss ich da rüber. Ne, darüber muss ich nicht. Da war ich ja drauf. Ich will mir, was sind das denn jetzt hier? Oh, nicht nach unten gucken, Patrick. Nicht gucken. Ah, zu spät. Okay, so. Oh. Oh. Okay, so. Okay, so. Wo bin ich? Hä? Hä, was war das? Och nee, ich bin wieder hier. Platz, Alter. Okay, gut. Wieder hoch. Zack, zack, zack. Dieses Geräusch, wenn Patrick läuft, Alter. Ist hier nicht noch einer? Sind denn die anderen? Okay, so. Warum soll ich den Charakter wechseln? Jetzt bin ich wieder Spomp, Spomp. Hä? Ah, wenn dieses Symbol erscheint, kann es Spomp, Spomp, wenn du springen. Springe an die Seitenwand und drücke A, um N, 0 zu springen. Okay. Aha. Geil. Jetzt kämpfe ich wieder mit Spomp, Spomp. Okay, so. Geht's hier weiter, oder was? Denke schon. Ja, ich glaube, ich muss hier weiter. King Jelloo-Fisch. Was soll das heißen? Ja, ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Okay. Kumpelblase. Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Okay. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Hä, wie soll ich den denn schlagen? Ich schenke nicht, wie ich den schlagen soll. Nee, ich kann ihn doch gar nicht schlagen, Junge. Hä, warum bin ich denn jetzt schon wieder weg? Äh. Schlag ihn. Aber wie? Ah, ich habe glaube ich zu lange gebraucht. Wie kriegen das hin, Leute? Okay. Ah, okay, ich habe das Team gekriegt. Warum kriege ich das denn jetzt nicht hin? Ich depp. Okay. Hä, ich schenke nicht, wie ich den schlagen soll, Leute. Ich glaube am Kopf, oder? Nee, das geht so nicht. Ah, ich schenke nicht. Ah, jetzt habe ich es. Geh weg. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Jo, was sind das jetzt für blaue Dinger. Ah. Geh weg. Ja, mäßig. Ja, mäßig, ich habe das nicht gesehen. Ich werde jetzt nicht sterben. Ja, ich habe ihn jetzt für sie. Geh weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok. Leute, ich würde auch sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord selber vorbei, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Achtet mir die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Atmet doch mal auf den Tag. Haut da rein, Leute, euer Sander. Ciao. Ciao.